Doch nicht meinen perfekten Sohn. Es war das Feuer. Es hat alles zerstört, alles fortgerissen. Die Kinder haben sich verändert. Und Ernesto auch. Er hat gesagt, er würde sich um sie kümmern. Sie beschützen. Aber jetzt sagt er, sie sind weg. Weg? Wie kann das sein? Meine Mutter würde so etwas spüren. Eine Mutter. Eine Mutter würde so etwas spüren. Ich höre immer noch die Stimmen von meinen süßen Jungen. Sein Lachen. Und immer aus dem Keller. Das kann nicht sein. Eine Mutter braucht ihre Kinder. Verdammt. Da ist was Wahres dran. Was haben wir denn da? Cool. Gibt es sonst noch etwas zum Aufnehmen? Ne, ne, ne. Ob sich das Tunen lohnt? Wir haben ja eh noch einen Schluck, oder? Komm davon. Wenn du jedes Mal mit dem Kopf voraus durch die Spiegel gehst. Kerle, Kerle, Kerle. Komm, da klopft einer. Wer ist der Typ nebenan? Haben Sie eine Ahnung, warum diese Welt so ist, wie sie ist? Was? Wer sind Sie? Es ist Hass. Hass. Rufix Hass. Sein Hass verzehrt ihn. Er will heraus. Er strebt nach Rache. Er will, was die Welt ihm in seinen Augen genommen hat. Nicht, dass er es tatsächlich bekommen könnte. Nicht, dass er es tatsächlich bekommen könnte. Diese Welt existiert so lange, wie er es tut. Haben Sie gerade etwas gehört? Nein. 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 13.000 da kann man doch bestimmt was schönes kaufen ich kann sechs sekunden sprinten sechstausende das brauchen wir eigentlich nicht ja komm lebensenergie das ist immer schön magazinkapazität u 8 ah ja schön getunend haben wir so so schön oh dass man immer außen rumlaufen muss ehrlich bladadadadadada wir hatten hier irgendwo munition noch was haben wir denn da drin äh lame hatten wir nicht irgendwo oh ich hab keine schlüssel mehr da haben wir noch da haben wir noch Harpunen ansonsten haben wir alles aufgebraucht es scheint so gut wie viele kartenfragmente haben wir jetzt oh nicht viele ok gut in diesem sinne würde ich sagen speichern und weiter geht's chica chica we ab geht's ab geht's was ist das für ein gigantischer keller bitte was ist das für ein gigantischer keller bitte oh das ist nicht gut nein nein ich glaub ich sollte langsam laufen oh cool was haben wir denn da alles ein schlüssel cool ähm ok wir finden wieder erschreckend viel munition das mag ich nicht die hier tschuldigung warum ich schleiche wegen fallen weil mir dieser rote dampf hier unten nicht gefällt ok ja wo willst du hin gute wahl ich hab schon lang keinen mehr scheiße ich brauch Deckung hoppla hahaha tja da war der Kopf weg, va? ähm ja halt doch das ist der Wahnsinn ha ah ah das ist der Wahnsinn was zur Hölle? au hallo? wo ist der? der da schießt ich seh nicht aber ich hör ihn ha ahh gehen wir mal auf höheres Terrain Fettsack im Anmarsch Komm! Unten bleiben. Arschgeige. So. Munition? Nö. Piep, 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 piep. Was zur Hölle ist das denn? Ah, erstmal hier. Batterie. Diese große, tragbare Batterie wird benutzt, um elektrische Ausrüstung bei Stromausfällen zu betreiben. Cool. Irgendwas sagt mir, dass die wichtig ist. Ich such. Ich such. Hier ist auf jeden Fall Ruhe Können wir runter gehen Haben wir zufällig... Nein, haben wir nicht Danke Wtf war's? Wtf? Was war das? Boah, ernsthaft Okay, weil der Batterie hat er gespeichert Moe, 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 moment Tja, piss Nelken, nicht mit mir So Jetzt sind wir mal ein bisschen vorsichtiger